Spelunky Finale, also Frohslunky Finale sogar, das macht ja noch viel abgefuckter Freunde, ich freue mich total, vielen Dank fürs Einschalten, wenn es mal wieder um alles geht und um alles heißt um meine Nerven und noch sehr viel mehr, ja, live rasten mit Deponklonia ist der ganze Spaß und tatsächlich habe ich ganz am Ende mich live reingeschnitten, weil ich gedacht habe, komm, mach es so einfach. Ich meine, jetzt ist doch egal, habe ich mir dann gedacht, ja, deswegen wird es mich einmal am Ende live geben, leider ganz kurz nachdem das Spiel zu Ende ist, das tut mir fast ein bisschen leid, aber ich habe nicht daran gedacht, mittendrin schon, ich habe nicht daran gedacht, die ganze Zeit das Mikro laufen zu lassen, aus einem ziemlich einfachen Grund, ich dachte, ja, das wird mal wieder so ein bisschen zwei Stunden und am Ende, und am Ende ist halt irgendeinen Run so. Und das nennt es dann Finale, ja, das Witzige ist, diese Aufnahme war zu diesem Zeitpunkt, also jetzt, ne, jetzt, diese Aufnahme war hier, keine drei Minuten alt. Und schon kommt der Run, den ich hier zeigen werde, also, also, ja, Respekt an mich selber, muss ich da sagen, hier wollte ich mal ein bisschen Spaß haben, weil ich wusste, der kriegt sowieso nicht geschissener irgendwie. Und weg damit, wunderbar. Also weg, ja, das ist Level, ich muss dem Level ja eigentlich nicht mehr viel sagen, weil dieses Level kennt man inzwischen, aus diversen anderen Spielen, ne, was, ne, also aus diversen anderen Runs kennt man dieses Level schon. Über smooth, nein, kennt man das schon, diesen Seed und deswegen, ja, ich muss mich, glaube ich, nicht mehr so sehr dazu äußern. Außer, dass ich insgesamt, das kann ich sagen, so ein bisschen schon die Hoffnung aufgeben hatte. Also ich dachte so, ja, mach's halt, aber wenn, sobald du irgendeinen Run von Lutz bekommst, sagst du, okay, dann nimmst du ihn. Ja, und ich hab irgendwas von Lutz geknallt bekommen, den hab ich genommen, aber doch, was dann geschah, ja, sag ich nicht. Springen wir uns einmal hier rüber, kriegen wir unseren Kompass. Und das, was ich letztes Mal angesprochen hab, ja, das Problem mit der Mumienkotze, das möchte ich heute sehr, sehr stark betonen und darauf möchte ich heute auch später nochmal hinweisen. Aus einem mysteriösen, aber doch ganz bestimmten Grund. Das werde ich nicht umsonst hier gerade angesprochen haben. Und dass ich mir das Kapala hole, das war es irgendwie allen anderen Runs vorher, klar, bei diesem Seed, weil ich hab's nicht immer geholt bisher. Und mit diesem Kapala hab ich sogar noch was Sinnvolles angestellt und darauf bin ich besonders stolz. Und das sehen wir dann, wenn's eben soweit ist. Hier hab ich Glück gehabt, dass ich direkt zwei von den, von den Dings, den Männern bekomme. Das sind schnelle Punkte auf dem Altar. Schrot verlassen, stabil, kann man erst mal machen. Weißt du, da dachte ich eigentlich schon, naja, komm, das muss ja eigentlich heute nicht, ne. Da war ich schon so ein bisschen skeptisch, weil das war relativ langsam, was ich hier veranstaltet hab. Und naja, man weiß nie so genau. Wenn ich hier noch das Kapala will, dann sollte ich wirklich ein bisschen schneller machen. Oder so viel Glück haben wie mit dem ganzen Handel. Ich hab hier oben drei Punkte neben dem Altar. Das sind ganz schnell und ganz leicht verdiente Punkte auch. Was mir nebenbei auffällt, einfällt, wegen der Kamera, hallo, äh, wegen der Kamera. Ich hatte ja die letzten Folgen so ein, in den letzten Folgen so ein bisschen Belichtungsprobleme oder so, weiß ich nicht. Ja, das hab ich jetzt gelöst, einfach indem ich dieses, äh, die Autoeinstellung von der Kamera ausgestellt hab. Weil die Kamera hat automatisch eingestellt, ja, hier ist Licht oder hier mach ich heller, hier mach ich dunkler. Das gibt's jetzt nicht mehr. So sieht's jetzt den ganzen Run über aus. Heißt mein Greenscreen versagt auch nicht. Also, Versagen ist das falsche Wort, aber. Ich muss nur einmal Greenscreen checken und das war's dann. Weil sich der nicht irgendwie im Laufe des Videos verändert. Das ist total dämlich. Ja, wenn's sich grad an den Greenscreen geht, kann man das wirklich machen. Irgendwas automatisch einstellen, dass es besser aussieht, sag ich okay. Aber ansonsten, nein, nein, nicht wirklich. Nicht wirklich, so. Ob ich dieses Seil da oben hin hab, weiß ich nicht. Da war ich schon so ein bisschen zeitlich nervös, ne? Und Nervositäten für uns Lanky ist es immer 10% tödlich, 20% tödlich. Oh, diese Spinne nervt. Schau mal auf die Zeit. Ja, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Also Frau opfern, äh, Shopkeeper opfern auf jeden Fall. Und dann hab ich meine 14 Punkte auf jeden Fall zusammen, die ich ja später brauche. Also mit 14 Punkten muss ich in Level 2, 2 gehen dann. 2, 2, doch, 2, 2 gehen. Ansonsten brauche ich von, äh, von Kabbala überhaupt nicht, äh, irgendwie, an Kabbala denken oder Kabbala diskutieren, aber was weiß ich. Das gibt es da nicht. Jetzt muss ich nur noch den Shopkeeper kriegen. Und kriegen werde ich ihn. Die Frage ist nur, wie sehr wird mich der Geist nerven? Ich glaub, die Frage sollte man sich hier eher stellen. Die Frage, wie werden wir uns stellen? Wir schauen, 2, 30. Geist kommt also jetzt. Mir fehlt ein Punkt. Ich kann warten bis in 2, 2. Kann ich total machen. Das wäre gar kein Problem. Und natürlich sind ja diese blöde Gackvieche, Jungen. Jetzt war natürlich kurz die Devise einmal abwarten. Ja, von wo kommt der Geist? Schnell austrickst und zack und weg. Also, kommt wahrscheinlich von links irgendwo. Wahrscheinlich von links. Und da ist er schon. Links unten, das ist sehr gut. Links oben wäre ein bisschen scheiße gewesen. Links unten. Das, äh, damit kann ich arbeiten. Die Frage ist nur, wie entkomme ich ihm? Oder entkomme ich ihm und wie und was? Aber wer schnell genug ist, der kriegt es ihm hin. Ich hätte auch mit der Leiter da oben, ich hätte ihn ganz locker austricksen können. Keine wirkliche Gefahr an dieser Stelle. Yes! Okay, Kabale an Level 2. Ich möchte, dass ich mal auf die Herzzahl achte, bitte. Ich habe 4 Herzen, ja? Und dann schaut mal am Ende des Levels und dann reden wir da einfach nochmal drüber. So, 5. 5 und wieder ein halbvolles Kabala. Also, es ist einfach prädestiniert für das Kabala, dieser Mod. Diese Mod. Das ist die Modifikation. Die Modification. Die Mod. Also, die Mod ist es prädestiniert für Kabale. Jetzt haben wir schon 6 Herzen. Einfach, weil es Blut auch ist. Es spritzt so viel Blut, da kommt zwangsläufig irgendwas zu einem. Und dann ist eben der Nutznießer dann. Das war fast Nummer 7, nicht ganz. Nummer 7 könnte es aber auch noch geben. Mal gucken. Auf jeden Fall mal 6. Und ich glaube, mit der ist es dann 7. Jawohl. Blut der Maus direkt neben einem Zucker. Zucker, Junge. Ja gut, bis hierhin ist ja alles bekannt. Und bis, ja bis hierhin war es eigentlich auch alles bekannt. Ja, also, egal wie weit ich hier komme, das hat man theoretisch, rein leveltechnisch zumindest, schon gesehen. Dieser Run hat eine Besonderheit. Und darauf bin ich einerseits ein bisschen stolz. Andererseits, finde ich, sollte darauf auch geachtet werden. Ich sage Bescheid, wenn es soweit ist. Hat was mit der, mit der Kali-Verärgerung zu tun. So viel kann ich schon mal sagen. So, und was genau und wo genau und wie genau, das warten wir einfach mal ab. Der Vampir ist tot, Junge. Könntest du denken. Dann eben nicht. Aber mit 7 Herzen ist es total egal, ob ich eins verliere oder nicht. Weil ich muss ja sowieso dann sterben. Hab sogar noch theoretisch die Möglichkeit auf die 4 Herzen von der Bienenkönigin, die gleich kommt. Schauen wir mal, wie es läuft. Du bist weg. Und auch bei den Bienen, ich wusste, ich kann total risikogen, also habe ich es auch gemacht. Die, die gleich hier um die Ecke geschießen kommen, nicht die da unten, sondern die da rechts jetzt hier. Zack, drauf. Einfach mal probiert die da auch, weil ich kann es mir ja leisten. Das ist ganz einfach. Shopkeeper ist keine Bedrohung. Ja, ich boxe die Opfer dort, denn ich sehe darin kein Ding wie ein Sidus Boxer-Shorts. Danke an den Kollegen für diese Line übrigens. Okay, ich habe das Kapala, ich muss hier nichts mehr machen. Außer natürlich zum Ausgang des Schwarzmarktes zu gelangen. Und das ist unser Ziel. Das werden wir jetzt machen. 1, 2, 3, hops, tot. Die leckere Schuhe nehmen wir uns gleich mit. Dann haben wir die auch endlich mal. Und jetzt kommt gleich was. Darauf bin ich auch in gewisser Weise stolz. Was ich da schon? Den ersten Kletterhandschuh und ein Geschenk. Eine Geschenkbox, in der, ja, da dürfen wir dreimal raten, was da drin ist. Ja, genau, der zweite davon. So. Was macht ihr? Ich hätte jetzt sagen können, gut, ich schaffe es auch mit, mit Kletterhandschuh. Und vielleicht hätte ich es auch mit Kletterhandschuh geschafft, aber das macht, das hätte sowas von keinen Spaß gemacht. Und wenn ich mir den Run dann nochmal an, ich habe mir den nochmal angeschaut und gesagt, boah, dass ich den Kletterhandschuh nicht genommen habe. Das war ein wichtiger, ein sehr wichtiger Meilschein. Meilschein ist wichtig an sich schon, aber, ja, es war eine sehr wichtige Entwicklung bei diesem, bei diesem Run hier. dass ich in jeder Hinsicht die Finger vom Kletterhandschuh genommen habe. Da gab es einmal auf die Fresse, sage ich, okay. Ich würde nicht sagen, das ist mir egal, aber eigentlich schon. Jetzt machen wir einfach eine Vampirbeseitigung. Graf Drakenhorst und weg das Ding. Zeitlich sieht es gut aus. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Ich prepariere schon mal meine, meine zwölf Bomben. Und selbst wenn ich mir hier keine anderen Bomben mehr geholt hätte im nächsten Level, gibt es auf jeden Fall nochmal zwölf und dann nochmal drei, nochmal sechs, nochmal vier. Es gibt viele. Es gibt sehr viele Bomben. Von daher ist es scheißegal. Das war jetzt ein bisschen, ja, unglücklich, dass der Shopkeeper da rauskommt. Weil vorher wäre er nicht rausgekommen. Das wäre der Vorteil gewesen. Wie auch immer ich da noch auf den Skorpion geachtet habe, aber Respekt an mich, dass ich das... Spaß, wie viele Kletternschuhe sehe ich in diesem Bild? Ich habe gerade sechs gesehen. Und das freut mich ja wieder total. Einmal arg. Deswegen bin ich ja hier. Das ist ja das Wichtige. Und wegen den Bomben. Und natürlich haben wir jetzt, wenn ich nicht aufgepasst hätte, wäre das der Kletternschuhe gewesen, aber... D.Loni lässt sich nicht verarschen. Vor allem nicht beim Gleis. Oder so ähnlich. So, abwarten. Zack, perfektes Timing. Ja, wie wollt ihr mich, äh... Ficken. Ja, muss... Wie... So muss ich das sagen. Also bisher läuft es schon, wie die Herzanzahl ist jetzt nicht so entscheidend. Ich könnte auch nie mit einem Herz sein, weil ich in Level 3, 2 sowieso draufgehe. Und daher ist das schon mal egal. Trotzdem, Kapala-Items, Superbombenseile. Ganz, ganz wichtig, dass die so ausgeprägt und so heftig sind. Punkt 2. Denn die Bomben werden, aber das haben sie auch in allen Runs vorher, in... äh... 4... 4.1. Ich glaube, in 4.1 eine wichtige Rolle spielen. Weil es da einfach nur darum geht, sich quer durchs Level zu Bomben. Mehr ist da nicht. So, und jetzt aufpassen. Das wird... Das wird eine Genugtuung für alle Vampirhasse. Aufpassen. LOL, ihr Opfer! Alle gefickt, Junge. Beim Spielen, ich habe mich so gefreut, das war so geil. Glaube ich zumindest. Ich habe alles vergessen. Ne, also das war auf jeden Fall schön. Und ich habe ja was gesagt, schon von wegen... Oh, das könnte wichtig werden. Von wegen, äh... Und so, ne? Ich kenne nicht was. Von wegen, was wollte ich denn jetzt sagen? Irgendwie nicht. Aber danke für Herz 7. Danke, Fala. Ich hätte vergessen, was ich sagen wollte. Ne, doch, wegen Kali. Genau, wegen Kali ist Altarspaß. Bisher ist keiner kaputt. Ich habe plus 16. Ja, was nicht ausmacht, weil selbst wenn ich plus 100 hätte, wenn er als H2 mal kaputt geht, gibt es die Ball and Chain. Huch, ich habe mich gesprengt und da wäre ich nicht gerechnet. Hoppla. Ah, ne, noch nicht. Okay. Damit haben wir das geschafft. Und hier, das war jetzt der Entscheidende. Denn die Chance, dass hier der Altar explodiert, ohne dass ich irgendwas mache, liegt bei 95%. 90 Minuten. 95 vielleicht sogar. Wenn der Altar nicht nach 10 Sekunden explodiert ist, dann hat man gute Chancen. So viel mal zum, zum, äh, zum, ja, Status, könnte man sagen. Also ich wusste, ich kann hier ohne Altarzerstörung rauskommen, weil in der Hölle, die Chance, dass ich ein Altarzerstörer ist relativ hoch, weil die Ball and Chains, die überall rumfliegen, die können alles kaputt machen. Und ich möchte so wenig Altare wie möglich auf einen gewissen haben vorher. Das ist schönes. Und das finde ich sehr geil. Es wird sich als unglaublich nützlich rausstellen, dass diese Ebene gut verlaufen ist. Ja, ich erinnere später nochmal sehr gerne dran, wenn es darum geht, diese Ebene, wenn es nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist, ich hätte es nicht geschafft. Das ist eigentlich total verrückt, wenn man sich das überlegt. Das ist, das ist pures Glück. Mehr, mehr ist es nicht. Du musst riesenglück haben, dass mit dem Altar alles, alles funktioniert, alles läuft, also. Unfassbar. Den mache ich noch per Hand kaputt. Bomben, ja, die zwölf könnte ich mir holen. Ich will aber eigentlich nur den Shopkeeper kaputt haben. Ich habe im Fall, das fand ich auch sehr schön während des Runes, äh, im Fall die Bombe erwischt. Die ist an ihm kleben geblieben, beim Runterfallen, und dann war er tot. Okay, also, äh, mal als Fazit. Die Ausgangssituation war sehr, sehr gut. Ich hatte zwar jetzt keine Schrotfind, aber gut, ist halt so. Äh, die Ausgangssituation war sehr, sehr gut, aus dem einfachen Grund, meine Atazerstörung liegt bei Null. Das heißt, ich kann mir in der Hölle einen mit etwas Glück sogar zwei erlauben. Dann habe ich die Ball and Chain, aber die kann man in Lava wieder loswerden. Das war mir klar. Und die Frage, erwische ich irgendwie Lava oder nicht, oder? Ja, weiß ich nicht. Hier war die Frage, ja, wo ist die Schrotflinte? Oder gibt es überhaupt eine? Und die Antwort war leider, zumindest ich habe keine gesehen. Da habe ich gesagt, komm, ist egal. Ich brauche, 4.1 eigentlich, ich brauche keine Schrotflinte. Weil ich sowieso gleich das Zepter in den Händen halten sollte. Und wenn man auf die Videolänge schaut, ja, ich glaube nicht, dass ich in diesem Level sterbe. Es sei denn, es dauert 18 Minuten. Das, äh, weiß ich nicht. Wir haben gesehen, der Shopkeeper hat Anubis schon ein bisschen zugesetzt. Das war ja ganz nett gemeint. Aber nicht wirklich hilfreich. Ja, und jetzt war, war aufpassen angesagt. Denn eine Steinfalle kann immer von unten kommen, auch unerwartet nerven und dann bist du tot. Also, da würde ich immer aufpassen. Wir erinnern uns, wenn es Zepter in Lava fallen sollte und danach sieht es aus, es könnte sein. Ähm, das ist scheißegal. Weil dagegen kann ich was tun. Eins, zwei, wunderbar. Ich habe schon gesehen, da unten keine Steinfalle blockiert mir den Weg. Die nerven zwar ein bisschen, aber mehr auch nicht. Da unten ist noch ein im Weg. Also, Seil runter, das geht auf jeden Fall gut. Das weiß ich schon. Und die da links unten im Bild, die ist so ein bisschen kritisch jetzt gewesen. Dann habe ich gedacht, gut, ich bombe erstmal meinen Weg durch, denn das habe ich auf jeden Fall sicher. Dann kann ich immer noch das Zepter holen und abhauen. Also, zack, 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 eine nach der anderen Shopkeeper ist tot. Steinfalle ist erledigt. Und wie ich die da unten treffe, das war jetzt so ein bisschen die Frage, weil da komme ich nicht wirklich hin. Ich kann sie einfach triggern. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe. Vielleicht habe ich es gemacht. Ne, ich habe sie weggesprengt. Bin auf Nummer sicher gegangen. Schaden kann es auf keinen Fall. Das ist immer am Rand. Okay, hier stehe ich sicher. Steinfalle, also Steinfalle wird man hier daran erkennen, dass sie äh, Feuer in den Augen haben. Und da hier alles dunkel ist, außer die Pfeil fallen, aber die sind natürlich alle schon aktiviert. Das hat es so an sich, wenn alles in die Luft gesprengt wurde. Die Bomben nehme ich nochmal mit. Und wiedersehen. Okay, 4,2. Dass ich bis in die Hölle komme, das war jetzt mehr als wahrscheinlich. Herzanzahl, ja, nicht unbedingt, aber weil, weil ich schon so weit gekommen bin. Vielleicht, also das, ich sage immer, das Problem ist, aber so problemmäßig ist es gar nicht. Die Sache ist die, wenn ich so weit komme, ja, mit Zepter, mit allem dran, alles ist gut gelaufen, dann ist die Chance, dass ich noch irgendwie versage, wenig. Ja, sie ist immer noch da, es kann immer was passieren, es kann immer mal unvorsichtig sein. Das möchte ich in der goldenen Stadt übrigens nochmal betonen, ja, von wegen unvorsichtig und so, nur mal ganz am Rande. So, mal schauen, keine Steinpfeile kann mich erwischen, also, zack, runter, durch, wiedersehen. Goldene Stadt, hallo. So, was erstmal klar war, denn daran bin ich einmal gestorben, es hat mich total genervt, dass diese Steinpfeile da oben, die Pfeilpfeile da oben, nicht aktiviert wurde. Ich hab das letzte Mal so gekotzt. Ich glaub, diesen Run, nee, der war natürlich nicht online. Ich hab's versucht und bin daran gestorben und ich hab, ich bin so ausgerastet, wirklich. So ungefähr. Ja, dieses Gesicht war wunderschön, aber es hat meine aktuelle Lage schön wiedergespielt. was mach ich, triggern oder nicht triggern? Witzig, witzig, ne? So, jetzt war die Frage, was machst du? Ich will nicht sagen, ich war halb im Arsch, aber so ein bisschen vielleicht schon. Und den einen krieg ich weg. Ich glaub, an dem zweiten war die Idee einfach vorbeizuspringen, weil, ja, der wird mich nie wieder irgendwie nerven. Scheiß drauf triggern. Nein, der will nicht. Also ich will nicht sagen, es war Glück, aber hier war so ein bisschen Improvisationskunst doch gefragt. Ob ich mir die Schrotflinte da nicht nehmen, weiß ich nicht. Hatte ich schon mal keine Lust drauf. Was auch immer, das war, ich weiß nicht mehr, ob ich's gesehen hab, ob das wirklich geplant war und Absicht war. Aber das hätte auch anders ausgehen können, dieses Ding da. So, zack. Ja, die Schrotflinte, da hab ich drauf verzichtet. Muss die Vergangenheit auch ruhen lassen dürfen. glaub ich zumindest. Auf die Zeit achten. Es war klar, wenn ich hier mit Mumien kurze Herzen fahren will, dann sollte ich ein bisschen Tempo machen vielleicht. Am Anfang war jetzt nicht unbedingt das schnellste, was ich hingelegt hab. Das muss man sich bewusst sein dürfen auch. Und eins, zwei. Aufpassen, dass der ja nicht in Explosionsradius ist. Das kann immer sein. Da sollte man immer aufpassen. So. Plan 1. Durchsprengen. Ich hab noch eine halbe Minute Zeit, wenn ich irgendwie noch groß Bock hab, äh, Herzen zu farben. So, was ich hier gemacht hab, das versteh ich im Nachhinein selber nicht mehr, was das sollte. Warum ich dann losgelassen hab, mit denen, also das ist ganz, ganz dubios. Würde ich meinen Kindern heute nicht mehr empfehlen, aber von mir aus. Ich hätt die Mumie eigentlich noch ein bisschen rüber triggern sollen. So hab ich, ich hab nicht so viel Mumienkotze bekommen. Sieht mal hier, das ist nur das, was nach dem ersten abplatschen, abklatschen, abdingsen, runterfällt. Zeit wird knapp, also jetzt einfach, einfach bleiben und schauen, was geht. Am Ausgang liegt eine Schrotflinte. Das ist optimal. Sieben. Sieben, acht, aufpassen. Neun, neun und weg. Ah ne, doch nicht weg, aber jetzt weg. Und raus. Und diese neun Herzen. Oder sagen wir anders, diese fünf Herzen, die hier, vier, fünf Herzen? Die Herzenzahl, die ich dazu gewonnen hab, ist auf jeden Fall größer gleich vier. Und wenn wir das bedenken und ganz am Ende nochmal an diese Zahl erinnern, vier, ja? Mehr sag ich dazu nicht. Das nur mal am Rande. So, ja, Allmerkotze, da ist jetzt nix dabei. Das macht man halt einfach mal jetzt, deckt man mal locker weg. Bei Herausforderung, bei aller Liebe, das geht, glaub ich, wirklich anders. Man muss immer bedenken, man spielt für das Lanky, also Herausforderung ist alles außer der Allmerk-Fight. So, da wusste ich nicht, wo muss ich genau runter und außerdem wollte ich beide Bomben haben und daher, ich glaube, ich wusste, wo es lange dauert, aber ich wollte einfach beide Bomben haben. Mehr als verständlich, meine Meinung nach. Denn in der Hölle, das Bomben kann man immer haben. Achte sich vielleicht ein bisschen viel, aber andererseits auch gar nicht. So. Ja, der Kletternschuh, ich konnte jetzt halt nicht mehr symmetrisch runterspringen, wegen diesem Kletternschuh-Pisser. Machst du nix, also, spring mal einmal schön locker durch. Und ab. So, diese Seile hier war total unnötig, weil ich sowieso mich auf den Rand so ein bisschen schwanken stellen muss, dass Olmeck Bock hat. Äh, 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 ne, doch nicht. Der war kurz kritisch, aber dann hab ich gedacht, Loni-Chill mal, Digga. Hab ich mir da wahrscheinlich gedacht. Hölle. Zeitlich super dabei, wobei das scheißegal ist, ich hätte mir auch viel mehr Zeit lassen können. Aber das kommt einfach mit der Erfahrung. Wie öfter man es sieht, spielt es so, mehr, schneller, ne, ist halt irgendwie logisch. Springung 1. Aber aufpassen, da ist noch einer. Ball and Chain, also, der muss noch weg. Und jetzt, das wird sehr, sehr ärgerlich, aufpassen. Da hab ich mich so geärgert. Weißt du, wie kann der, der ist mit so wenig Geschwindigkeit, also, ne, so rum, ich seh's ja so, also, so wie ich Geschwindigkeit, so, und, und, boah, was sollte das? Total abgefuckt, du, jetzt musste ich, jetzt musste ich halt auffassen, nicht, nicht komplett zu rasieren, oder rasiert zu werden, oder was er immer, und Nase, im kurzen Moment. Oder rasiert zu werden, oder was auch immer. Nase juckt halt die ganze Zeit schon. Das ist wirklich nervig. Also, aufpassen, weil die Devise, Flamme springt in Bombe rein, Bombe explodiert, Überraschung, Überraschung, so. Diesmal passe ich auch auf, dass ich nicht mehr so einen Scheiß bau, wie letztes Mal. Das sind, äh, immer noch neun Herzen, aber es werden gleich zehn, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, es werden gleich zehn. Kali Altar, aufpassen, ganz, ganz doll aufpassen. Ich hatte sowieso schon Glück, ne, also, die erste, die erste, die ich da runtergesprengt hab, die hat ja schon, die, die hat ja schon alles kaputt machen können. Also, ein bisschen Lack war dann doch dabei, das muss ich sagen. Sag mal, hier runter, der Vampir-Killer, nicht zu verwechseln mit dem Tinten-Killer, ha, ha, witzig, 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 an den Donnicht. Okay, es sah so aus, als wäre da unten alles kaputt schon, wie auch im, im letzten Run. Wiedersehen, wiedersehen. 5, 3. Wenn jetzt noch ein Altar kaputt geht, dann muss ich mit Ball and Chain klarkommen und irgendwo Lava finden. Ich meine, gut, dass hier die ganzen, ob das jetzt alles kaputt geht, das ist schön, aber nicht mehr wirklich relevant, muss man ehrlich sein, leider. Das wäre auch eine Taktik gewesen für Herzen, versuchen, mir die 32 Punkte zu holen. Dann darf ich nur vorher Kali nicht einmal verärgern, ansonsten habe ich nie, also ansonsten ist es faktisch nicht mehr möglich. Von daher, gut, was mache ich jetzt mit dem? Er scheint nicht hochzukommen, weil er total dumm ist. Da habe ich gedacht, naja, dann verreck doch. Witzig. Wortwörtliches Zitat, darum bitte ich auch. Zehntes Herz habe ich leider nicht bekommen, zumindest noch nicht. Und ich wusste, da unten ist der Kali-Altar. Da habe ich ja auch im letzten Run, in 5.3, da habe ich meinen einzigen Altar zerstört. Ja, und das war jetzt, äh, das gab jetzt zu bedenken. Immer noch 10 Herzen, weil ich irgendwo mal vorher Blut gekommen habe, bekomme ich für ein 11. Herz, soweit ich weiß. Aufpassen. Und hier war ich dann schon kritisch, ne? Dass ich ja nicht runterfalle mit dem Ball and Chain, immer auf eine sichere Plattform stellen, das ist immer gut. Und weiter möchte ich mich dazu gar nicht äußern. was machst du jetzt? Am Kali-Altar vorbeispringen, die Kugel, das ist Selbstmord. Das ist Ball and Chain, Selbstmord. Nicht Selbstmord in dem Sinne, sondern, ich werde so sicher, äh, geslämt, das ist so. Na genau. Da wollte ich mich gerade festhalten und, dass ich das überlebt habe. Das war gar nichts. Ich hätte von allem zerstört werden können. Mich hat keine Spinne getroffen. Einer hat durch, durch den, nicht mehr durch den Aufprall verloren, sondern ganz oben. Ganz oben habe ich den verloren, weil, ähm, ich an der Ecke irgendwie mich gestoßen habe. Oder irgendwie, wegen der Ball and Chain auf jeden Fall. So, warum ich hier nicht gleich Seile angesetzt habe, gegen die Vampire, ist sehr fragwürdig, aber gut. Junge, du hast noch Seile, dann benutzt die du, oh du Pissnelke, man. Kann man nur so wack sein, das gibt's ja gar nicht. Den machen wir auch noch kaputt. Den triggern wir auch noch von mir aus. Und von oben drauf. Ganz einfach. Ganz locker. So, und warum ich hier hochgehe, ist ganz einfach. Ich wollte hier schon, äh, wissen, ist hier Lava? Und wenn hier Lava ist, dann kann ich natürlich ganz einfach meine Ball and Chain loswerden. Aber. Das war nicht da. heißt Yama mit Ball and Chain. Und ich hab gedacht, komm, jetzt ist egal. Wir können doch einfach nach Hause gehen, das wird doch nichts mehr. Doch, was dann geschah. Ob was denn? So. Was ganz wichtig war, erstmal die beiden wegbomben. Bevor die irgendwas wegspringen hier. So muss es laufen. Ich hab immer noch acht Herzen. Ich verliere am laufenden Band Herzen. Das war aber von vornherein eingeplant. Ich hol mir ja nicht umsonst, um, umsonst die Dingens. Ich hol mir ja nicht umsonst die, die, äh, hier. Die, na sag schon, was hol ich mir ja nicht umsonst? Die Möppels. Hol ich mir nicht mehr. Ah, ihr wisst schon, was ich gesagt habe. Hier die, die ganzen Herzen mit Kabala und so. Die hol ich mir ja nicht umsonst. Und Ball and Chain frei. Und das war der Knackpunkt, dass ich mich daran erinnert habe, dass ich in Lava die Ball and Chain loswerden kann. Und das war wichtig. So, jetzt, die Vampire wurden hier, zumindest wurden hier einige getriggert. Ob alle, weiß ich nicht. Und jetzt ist mir auch eingefallen, ich habe eine Seile. Damit kann man Gegner kaputt machen. Also, mach's doch, Auluni. Bitch, was willst du eigentlich? Der ist für dich. Ja, das ist für dich. Und hier war auch so ein bisschen, mhm, ne? War auch kritisch. Also, erst mal, weg mit dem. Und klar war, ich muss Bomben rüberwerfen. Warum ich nicht gleich? Aber warum ich mich dieser unglaublichen Gefahr aussetze? Wenn mich da ein Ding trifft, ich bin tot. Ne? Aber ich habe gedacht, ja, an dieses Ding da, so links mittig da, muss ich mich nicht hängen mit dem Seil, weil es sicher ist. Ne, das wäre total dumm. Das verstehe ich jetzt. Jetzt habe ich es verstanden, Und jetzt einfach nur Bomben rüberkommen. Hauptsache alles fliegt in die Luft, ist scheißegal. Weg das Ding. Weg, komm, 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 komm. Ja! Es ist noch nicht vorbei. Der Ausgang ist auf der anderen Seite und dazwischen sind 800 Vampire und natürlich da rechts 300 Alienkanonen. Genau. Sicherlich. Seil, wunderbar. Oder 20 Seile, kann man auch machen. Aber es sah gut aus. Es sah verdammt gut aus. Wenn ich jetzt hier nicht noch sonst irgendwas, ne? Ich meine, es kann alles passieren hier. Ich würde mich nie auf irgendwas verlassen bei Frostlunky. Aber die Chancen stehen gut. Eins. Klar, man muss, die Dings am Ausgang mussten noch weg. Der Riesenvorteil ist, ähm, Born and Chain, nicht Born and Chain, dass diese Stachelkugeln nicht oder nur sehr, sehr selten nach oben fliegen. Meistens geht es nach unten. Das heißt, wenn ich oberhalb von denen bin, ist die Chance quasi null, dass ich getroffen werde. Besseres Versteck. Gibt es nicht so. Jetzt aufpassen. Der Letzte. Der Letzte. Komm. Und allein vom Zusehen. Ich freue mich wieder an Wolf. Ich bin hier so ausgerastet. Wirklich. Es wird auch gleich nochmal live reingeschaltet. Aber für den Moment, ich bin hier so abgegangen. Wirklich. Ich bin durch meine Wohnung gesprungen. Also, ich, das kann ich überhaupt nicht mit Worten beschreiben. Ich war, meine Nachbarn wissen, wissen heute wahrscheinlich noch, dass ich an diesem Tag Frost Lunky gewonnen habe. Also, das war. Ich habe mir fast eine Schulterverreinkung geholt. Sie hat mich ausgerastet, ja. Na, nicht. Obwohl, kritisch. Kann man so nicht sagen. Frost Lunky ist durch. Ganz kurz noch, bevor ich live reingehe. Ähm. Weil so viele Gegner gespawnt werden auf diesem Seed. Oder so viele Sachen gespawnt werden. Zählt Feuerwerk auch dazu. Das möchte ich nur bemerken. Weil gleich Feuerwerk, also, ne. Stabil trifft es ganz gut. Wann gehe ich live rein? Ich habe es mir extra anzeigen lassen, wenn ich live reingehe. Das werdet ihr nicht mehr sehen. Aber ich sollte das sehr wohl sehen, ja. Ich habe jetzt realisiert, komm, alles. Schnell ansteckt. Mikro, komm. Du musst live reingehen. Das kannst du nicht machen. Ja. Nicht wie bei Crash Bandicoot. Doch bei Crash Bandicoot war ich auch live drin. Also wie bei Crash Bandicoot und live reingehen. So. Zack. Das Feuerwerk sieht aus. Finde ich schön. Ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Vorbeisein. Ich, also ich hier mit Kamera, ich bin gleich weg. Ihr werdet gleich den Freuden durchschwemmten. Ja, möchte ich es nennen. 10.9 erleben. Ich Ich habe jetzt schon wieder keine Worte. Ich habe, das habe ich gestern aufgenommen. Gestern gespielt. Gestern erspielt. Aber ich kann es immer eigentlich noch nicht fassen. Der einzige Nachteil ist, man hört die schöne Musik nicht mehr. Aber das war es dann auch schon. Leute, Feuerwerk mir die Ohren weg. Vielen Dank. Frust Lanky. Sieg. Yes. Yes. Warum auch immer gut zu haben. Aber sehr egal. Drei, zwei, eins. Ja. 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 Ich bin live. Ich bin live und es ist nicht euer und es ist nicht euer Ernst. Das Feuerwerk rastet aus und ich auch. Soweise habe ich mich nicht mal bei meinem ersten Sieg gefreut in diesem Spiel. Das war ein Scheiß hiergegen. Und diese Nervosität, dieser Druck. Und dann sogar noch mit Doppelgeist. Noch mit, mit der Scheißkette, ey. Nicht Doppelgeist, Doppelalter, Fickt mein Leben mir scheißegal. Ja. Wir sehen uns, Leute. Ich konnte sie nicht. Ich habe leider vergessen, das Nico die ganze Zeit anzuhaben, sonst wäre ich komplett die Wäschen. Beim Sieg, ich wäre so ausgerastet, wirklich. Ich war noch nie so verschwitzt. Meine Videospiel. Oh, bitte. Ja. Mir fehlen die Worte. Fehlen der Quiz dabei sein. Für's lang gibt. Folge 30. Das war's, ey. Ich brauche überhaupt nichts mehr sagen. Das ist einfach nur krass, Leute. Wirklich. Endlich. Nachdem es das letzte Mal so knapp gescheitert ist. Endlich geschafft, ey. Boah. Ich find, ich find grad überhaupt keine Worte hierfür. Das ist der Wahnsinn. Leute, haut ich, äh, ja, komm. Scheiße. Das war's mit Fros Lanky. Für immer und ewig. Ja.